Hallo ihr So, hier bei LXXX. So, alle willkommen bei Dead Alliance. So, wieder S-Modus halt, Screenshot Modus. So, das Spiel hatte ich ja schon mal runtergeladen, deswegen da schon Screenshot Modus Video machen. So, ja cooles Zombie Spiel halt. Sehr viele Zombies sind da. Also online-Zombie-Igo-Stute halt. So, ich glaube auch eine Beta-Version, die ging ja nicht, vorgestellt hatte so jetzt hier jetzt ist halt die volle versionen die geht halt gerade auch ein angebot für sancho's und sojo sieht noch ganz gut aus death alliance der cooler zack hier morgen rüber geschlagen hat hat schon mal einen cool screenshot gemacht so sieht auch gut aus ja da da der armbrust von the walking dead von norm readers ja ja cool gespielt